Das Level gefällt mir jetzt fast schon von allen am besten, weil das ist richtig gut gemacht. Die Atmo, alle! Endlich kann ich mir wieder sagen, willkommen zurück bei Rayman Origins. Ja, es ist lange her, aber egal. Wollen wir nicht drüber reden, fangen wir mit dem ersten Level an. Fauler Fisch, vierte Welt, zweites Level, ne? Im letzten Paar haben wir gelernt zu tauchen. Das können wir hier auch gerade nochmal begutachten. Und ich bin jetzt endlich mal wieder gespannt drauf, was uns hier so erwarten wird. Und das, wow, ich habe noch nie das Ende vom Ladescreen erreicht. Alter, geil! Unterjödisches Wasserlevelinkommen. Gut, normalerweise bin ich eher nicht so der Wasserleveltyp. Aber man wird sehen, was das machen wird, ne? Ah, genau! Wieder die schöne bekiffte Musik. Das ist auch nicht normal! Aber okay, ich habe mich schon im letzten Part drüber ausgelassen, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Nur ist es mittlerweile bei mir schon wieder so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, dass die wirklich so heftig war. Kommt das Zeug raus oder nicht? Wahrscheinlich nicht so. Aber schöne Umgebung, so mit Korallen und allem. Und ich denke, das könnte hier noch ziemlich asozial werden. Okay. Hier gibt es also nur... Gar kein... Okay, die Musik ändert sich. Es wird plötzlich düster. Und irgendwie... Gefährlicher. Wartet. Oben gibt es doch bestimmt was, oder? Knappe Geschichte, aber trotzdem... Naja, da gibt es ein paar Looms. Nein! Alles easy. Alles easy. Perfekt. Okay. So sieht es schon mal gut aus. Ich denke auch, dass das Level vielleicht... Also, es wird auf jeden Fall eine sehr eigene Thematik haben. Weil unter Wasser ist erstmal was Neues. Und diese ganzen Stachelfiecher hier sind auf jeden Fall sehr interessant, finde ich. Die haben wir ja so noch nie gesehen, ne? Deshalb... Joa. Schauen wir mal, ob es da noch was gegeben hätte. Nein, hätte es nicht. Wir haben uns für den schwereren Weg entschieden. Und deshalb gab es da auch dementsprechend noch was zu holen. Genauso wie hier. Ich denke, in dem Level gibt es vor allem darum, die schwereren Rege... Äh, Regeln. Genau. Die schwereren Wege zu riskieren. Und dabei ein paar Looms abzustauben. Denn wirklich viele bekommt man ja sonst nicht. Da zum Beispiel wieder in der Koralle drin. Wird zwar etwas nötig sein. Ja. Dachte ich mir. Und die Musik ist echt nice. Die passt echt gut zu einem Meeresgrund. Aber die Musik erinnert mich sogar irgendwie an eine andere. Zumindest... So von der Melodie her. Nämlich irgendwie... So von wegen... Ähm... Die erinnert mich an Mystery Dungeon Track. Ja. Wie soll ich denn da rauskommen? Hä? Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Jetzt fang ich da oben wieder an. Geil. Das kann ich alles nochmal machen. Sehr gut, oder? Wirklich ganz nice. Frage ist, wie lange wollen sie das hinziehen, dass man immer hier oben anfangen muss? Gut. Ich war wahrscheinlich schon am Schluss. Und ich glaube rechts war besser. Zumindest... Empfehlenswerter für Looms. Ne, doch nicht. Auf jeden Fall ist es sehr asozial da unten die Münze zu holen. Ich werde es nochmal probieren, weil ich halt einfach... Ich werde es wahrscheinlich nicht probieren, weil ich wieder draufgehe. Vielleicht, dass ich die Münze wirklich auswähle. Und die Sack schwebe. Oder ich versuche was anderes. Okay. Ich werde was anderes probieren, weil vielleicht ist da unten ja eine Tür. Und sollte da eine Tür sein, werde ich zuerst durch die Tür gehen, dann wieder zurück und dann mal schauen, wo ich spawne. Weil das habe ich auch noch nie ausprobiert. Und das würde mich mal interessieren, wo man da hinkommt. Ah, hier. Okay, da ist auf jeden Fall eine Tür. Und Herz. Vielleicht ist jetzt sogar hier irgendwo ein Herz oder so. Gut. Dass die jetzt plötzlich die Richtung ändern kann, konnte ich auch nicht wissen. Deshalb, ja, schade. Aber gut. Und wenn die Quallen meinen, sie sind die Bosse, dann kann ich leider da auch nichts dran ändern. Und hätte ich jetzt hier ein Leben verloren, wäre das sehr unnötig gewesen. Das Herz lasse ich jetzt einfach mal. Okay. Ich dachte, man muss es zerschlagen, aber es reicht schon nur durchzuschwimmen. In dem Fall, lassen wir das so. Und der rechte Weg erscheint mir irgendwie leichter, weil der linke ist länger. Oder ich habe gerade irgendwie Halus. Das kann natürlich auch sein. Aber es kommt mir länger vor. Das auf jeden Fall. So, den Kollegen holen wir uns auch noch. Tatsächlich ist das ein Level, wo ich mich ziemlich stark konzentrieren muss. Denn Wasserlevel haben es immer so ein bisschen mit der Steuerung und vor allem mit dem genauen Schwimmen. Deshalb ist Wasserlevel nicht gerade meine Lieblings-Level-Art. Gut, Scrolling-Level mag ich auch nicht. Am meisten mag ich hier nur normale Level. Bei dem man nicht stressen muss. Komm! Geht es um Zeit oder Entfernung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir die Münze bekommen. Und das ist ja schon mal was. Jetzt bin ich wenigstens direkt reingeschwommen und konnte durch eine Lücke wieder raus. Deshalb würde ich sagen, diesen Bereich haben wir safe aufgeholt. Okay, die Kumpanen lassen wir jetzt einfach mal so stecken. Was da so ist, werde ich schauen. Scheint ja interessant zu sein. Okay, hier muss man einmal im Kreis schwimmen für ein paar Looms. Wahrscheinlich wird es nicht so einfach, wenn... Nein, die Dinge! Ja gut, ne? Oh man, gibt es hier nirgends ein Herz? Also es geht immer weiter runter! Nein! Oh, ich dachte schon. Nein! Gibt es hier nirgends ein Herz? Ich bin gerade so verdammt ängstlich, aber... Raus da, komm! Okay, das bringt nicht viel. Ich bewege mich rein und werde mich da oben auch raus bewegen müssen. Okay, das wurde geschafft und da ist eh gar nichts mehr. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal drauf hoffen, dass hier bald ein Herz kommt. Okay, das nicht, aber wir haben einen neuen Bereich. Wir haben diesen Bereich auch abgeschlossen. Oh, nice! Oh, mit Beleuchtung. Das sieht ja geil aus. Das muss ich wirklich sagen. Das sieht richtig geil aus hier. Hier unten. Mit Beleuchtung und allem möglichen. Tauchen ist schon was geiles, ne? Also tauchen ist auch so eine, ja, Sportart, könnte man es nennen. Das will ich unbedingt mal ausprobieren, denn... Kann man die eigentlich... Ah, die kann man reinziehen. Gut, auf das habe ich noch nie geachtet. Aber ich dachte es mir schon. Zumindest so etwas ähnliches. Ähm, was... Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau beim Tauchen. Ähm, Tauchen ist auch so eine... Ah, so ein... Freizeit, äh... Wie soll ich sagen? So eine Freizeitaktivität. Die würde ich auch... Sehr gerne mal ausprobieren. Weil das ist, glaube ich... Wirklich eine ganz coole Angelegenheit. So, das Meer von unten zu sehen, wie es halt wirklich so ist. Ich hole die Dinger mal rein, denn die nerven mich gerade so ein bisschen. So wie das Meer unten aussieht, das würde mich wirklich mal sehr stark interessieren. Weil ich bin jetzt auch schon öfter am Meer gewesen. Und... Ja gut, die Sache ist, da geht es halt nie wirklich tief rein, ne? Da läuft man 200 Meter, aber... Trotzdem geht es nicht wirklich rein und diese Hände scheinen wie behust zu sein. Das müsste folgend sein, nur wenn man sie nicht ansieht. Wenn man auf sie zuschwimmt, dann gehen sie weg. Sehr interessante Gesellen auf jeden Fall. Hier gibt es irgendwann Secret Chim, das fällt mir jetzt auf. Es gab noch keines. Aber hier ist das Erste. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ob ihr auch mal gerne so... Tauchen würdet. So die ganze... Unterwasser Umgebung so zu sehen. Ich finde das wirklich extrem interessant. Okay. Und was muss man hier machen? Nur die Dinger? Ja, nur die Dinger. Betätigen. Das ist cool. Aber ich habe leider noch nicht alle gehabt. Gut, dann gehen wir mal noch die anderen holen. Uh. Was? Was soll das? Ach komm. Wo ist denn der Letzte? Nein! Jetzt hat mich das sogar erwischt. Ich lappen. Raus da. Sonst komme ich nicht mehr raus. Sonst ist es mir zu gefährlich, wieder rauszugehen. Holen wir uns gleich alles runter, ne? Okay, gut. Bam! Gut, da haben wir die auch befreit und passt das. Ähm. Das waren zwar... Das waren jetzt die ersten. Das wundert mich ehrlich gesagt. Und das Level ist verdammt lang. Aber verdammt geil, muss man auch dazu sagen. Ich habe jetzt zwar kein Herz mehr, also muss ich aufpassen. Aber ich bin guter Dinge. Dass wir es schaffen können. Hier ist der nächste Bereich. Glühbirnenfisch. Der gibt uns Licht. Gut. Hätte man sich denken können. Dachte, es wäre ein Gegner. Hä? Warte mal. Die attackieren einen im Dunkeln. So funktionieren diese Dinger also. Ich muss dem Fisch nachschwimmen, sonst bin ich down. Und wenn ich Ding bei mir... Ah, wenn ich die Glühbirnchen bei mir habe, dann ist alles in Ordnung. Okay. Das ist ja schon mal was Gutes. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. So, oben halt unten oder rechts oben? Auf jeden Fall da unten. Ich will schon die Münze haben. Wenn man schon so fragen, ne? Und wenn die schon so geschenkt ist, dann nehme ich die natürlich mit. Und den hole ich mir zuerst. Ich liebe diese Mucke. Okay, ich habe durchaus ein bisschen was zu gut gemacht dadurch. Warte, ist da oben was? Oh, noch eine Münze. Das ist ja sehr interessant. Okay, ganz ruhig bleiben. Ah, hier ist wieder Licht angesagt. Ich muss beim Fisch bleiben. Sonst bin ich down. Da kann man dann gar nichts mehr machen. Okay, hier ist ein Herz. Ein geschenktes, weil ich es nicht brauche. So, und wie sieht es so da oben aus? Oh, gar nichts, ne? Dann halt Quallen. Dann halt Quallen und diese ganzen Viecher. Aber solange ich Glühwürmchen habe, bin ich safe und guter Dinge. Immerhin zeigt es auch einen Weg. Und ich weiß nicht. Wenn man... Okay, dann wollte ich einfach nur schnell genug sein. Ähm, Leute, falls man einen WhatsApp-Sound im Hintergrund hört. Ich weiß nicht, ob es gerade der Fall ist oder nicht. Ob man es raus hört oder nicht. Auf jeden Fall bekomme ich gerade dauerhaft, zumindest gerade schon das dritte Mal, eine WhatsApp-Nachricht. Bei der... Und ich habe es gerade auf dem PC offen und dann gibt es immer so einen Sound. Und ich weiß halt nicht, ob man das hört. Ob das das Programm mit aufnimmt oder nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal... Nein. Falls ja, tut es mir leid. Und ich werde dann das nächste Mal darauf achten. Aber die Mucke ist geil, ne? Die klingt zwar wieder schon so in Richtung Gras. Aber sie hat was. Auf jeden Fall kann man sich so unter Wasser fühlen. Das ist mir gerade viel zu viel Dunkelheit. Und viel zu viel Risiko. Ach, da ist gar nichts. Oh Mann. Ich hätte da... Ich hätte da eine Abkürzung nehmen können. Aber mir fehlt immer noch ein Secret. Ich kann immer noch ein paar von den Dingern befreien. Boah. Ist das eine spannende Geschichte. Gut, ich muss es, wenn sie sich kreuzen, mit dem mitgehen. Lass mal das mal so bleiben, ne? Wenn die da irgendwo eine Münze in den Dunkeln verstecken und man muss die random irgendwie finden. Das wäre mega assi. Weiß nicht. Soll ich mit dem Anglerfisch oder mit dem Kleinen mit? Ich gehe jetzt mal mit dem Anglerfisch nicht. Ich höre es, Herr Alp. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Es ist zu dunkel. Aber da müssen wir nochmal die Runde schwimmen. Das ist nicht das Problem. Es ist auf jeden Fall da unten rechts. Da muss ich schauen, wo es ist. Gut ist, dass wir nicht normal schwimmen, dass ich schnell genug bin, um ihm zu folgen. Okay, das wollen wir jetzt nicht. Lieber zu dem. Heilige. Da war eine Hand. Wo denn? Ich muss warten, bis die Hand weg ist. Ich schwimme darüber. Hier ist es. Oh Gott, war das. Oh, das war echt nicht einfach, das zu finden. Hä? Was? Hä? Wombo-Kombo oder was? Was wollen die von mir? Ich checke ja gerade gar nichts, Mann. Oh! Jetzt geht er! Oh! Alter, das gibt es doch gar nicht, Mann. Was ist das für eine abgefuckte Scheiße hier? Das Level ist richtig heftig. Ich werde auch hier eine Part nicht mehr schaffen, weil ich merke schon, ich bin über 15 Minuten. Und das Level ist richtig krass lang. Aber gut. Sehr gut. Das Level gefällt mir jetzt fast schon von allen am besten. Weil das ist richtig gut gemacht. Die Atmo, alles. Gut, ich weiß nicht, warum der mich jetzt erwischt hat. Boah, ich war gerade kurz im Dunkeln. Ich hätte allen zugetraut, dass er mir jetzt einen Gegentreffer anregt. Jetzt haben wir es. Wir sind im Ziel, Leute. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Wieso? Der Fisch muss natürlich noch 20 Kilometer wegschwingen, ne? Komm, geh du auch noch weg. Jetzt fehlen mir acht, oder was? Scheint es doch, aber gut. Dann lassen wir es halt, ne? Wenn ich 300 habe, ist, glaube ich, eh alles safe. Und? Sollte passen, oder? Boah, gut. Wir kommen auf jeden Fall auf 300 oder so. Alles easy. Aber ich finde es blöd, dass man das nicht vorspulen kann, weil das pisst schon so ein bisschen an. Cool, danke. Dass ich mich jetzt nicht raus tappt. Durchs Raustappen wird halt kurz pausiert. Zurück zur Lichtung wird. Reiner! Das war ein langes Level. Das war ein extrem langes Level. Wenn es jedes so lang wird, dann könnte es lang dauern, bis wir mal durch sind mit dem Game. Da waren wir 85, also kein Problem. Flinke Flosse heißt das nächste Level, aber das machen wir jetzt das nächste Mal, denn, ja, es ist leider schon wieder an der Zeit. Nur ein Level geschafft in dem Part dafür ein richtig cooles, muss man sagen. Das Level ist richtig cool. Geile Atmo, geiles Design, geile Mucke. Bis jetzt finde ich das beste Level von allen. Ich hoffe, ihr seht euch mal wieder ein. Hoffentlich geht die Welt so stark weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao.